jetzt kommen wir hier runter genau hier drunter könnten wir einen attentat auf dem machen wäre das möglich ich glaube nicht ich glaube nicht dass wir ein attentat auf dem machen doch fertig erledigt die aufgabe von anfang an sorgen wir es hat länger gedauert er ist tot 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 als tot geht nicht mehr das waren nur rauch und spiegeltricks affinierte trügereien er hat uns alle getäuscht nicht sehr lange das blut wurde gesöhnt ich dachte es würde mich erleichtern aber der lohn für deine dienste was wirst du nun tun ich schließe mich einer karawane nach samarkand als mein vater noch lebte sahen wir viele städte und genossen die freuden des lebens nach seinem tod hält mich hier nichts mehr was ich dein vater für dich gewünscht hat wird doch noch war das stimmt doch nicht zu einem preis der mir lieb wäre ich beschreite diesen weg allein und am ende werde ich mein vater kommen im stream ich wünsche dir alles gute marjana ich hoffe wir finden uns wieder eines tages doch richtig wohl kaum man der schatten lebwohl verborgen lebwohl die verborgenen interessanten von vornherein hätten wir den einfach nur einen attentat auf ihn ausüben müssen und dann wäre der käse gegessen so wenn immer alles mit was hier irgendwie rumschwert das ist leer 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 da haben wir noch ein paar wurf messer die nehme ich gerne mit messer sind jetzt voll da trümpel ist auch voll da müssen wir noch mal her kommen irgendwann mal in der uhr nehmen wir noch mal was mit da hätten wir noch mal was da da ein bisschen essen ist auch voll muss ich noch mal gucken wo sind noch mehr schätze da ist noch eine mit der roll warte warte essen haben wir gesagt haben wir genug ne schätze schätze da oben ne außer das dass das also die die hülle ist ein blieb aufgerollt habibi clean 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 war da noch irgendwo ein schatz das waren nur wurfmesser da oben okay gut alibaba und die 40 oder da sind wir haben wir die geschichte jetzt auch mal hinter uns und ein fertigkeitspunkt haben wir erst noch leider aber wir gehen mal zurück nach bardat ich glaube warte mal genau wir gehen im inventar kurz mal rein guck mal was wir denn da haben wir müssten quasi mode so verkleidung als könig der diebe verkleidung anführung anführer das viertel und die 40 räuber ne gefällt mir überhaupt nicht aber kann ich stehen lassen okay ne forschung gehen wir aufs forschungsmenü dann gucken wir mal wir haben den der könig der diebe anführer 40 räuber der träger eines flammenschwertes und anführer der 40 räuber hinweis details haben wir durch erledigt die 40 räuber die aufgabe ist erledigt wir müssen eine neue aufgabe suchen was ist das versteckte räuber lager der räuber ist beides durch marjana bittet um ein treffen beim anwesen ihres vaters das habe ich doch schon oder ja ist ja ein haken drin ja genau den habe ich auch fertig gemacht wir könnten hier zu ruhig gehen oder wir machen hier bruderschaftshaus al basia bruderschaftshaus unser verstecken gelange zum bruderschaftshaus al basia verfolgen könnten wir zum beispiel ja da ist noch ein bruderschaftshaus und da ist noch ein bruderschaftshaus und wir haben nicht ein halbieren und mich verknüpft ein enges band ok dann hätten wir das hier näher ist eine ist seit einiger zeit besessen von antiken schriften finde die verstecke versteckte städte wollen wir das verfolgen vielleicht liegt das ja auch hier in der nähe der ruf wie allah der ruf der ruf der ruf der ruf so da ist unser ding was können wir denn der ruf wo ist er denn der ruf der ruf die versteckte städte wo sollte denn sein wie viel muss ich denn da durchlaufen damit ich überhaupt was sehr so machen auch die aufnahme liebe leute und dann ist aber gut jetzt hier weil ich belege nur gerade wo soll denn das sein wildnis hier ok bitte befindet sich nördlich der dünen von dor vor egal so das hier ist dieses durch nördlich der dünen nördlich der dünen also irgendwo hierhin schnellreise das können wir ja machen der abbasin waren die nachfahren von al abbas al abbas nördlich also wenn ich jetzt drauf gucke nördlich entweder da oder da jetzt überlege ich nur gerade nördlich die karte nördlich der dünen das könnte könnte entweder das hier sein dünnen von dor hier das könnte das hier sein jetzt können wir mal gucken ob wir was hier sehen hier unten aber scheint nicht so zu sein da sind wir noch ein bisschen fliegen ja 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 liebe leute wir machen kurze aufnahme stopp hier und stream stopp ich komme gleich wieder muss was erledigen jetzt gehen wir mal da hinten rüber aufnahme pause weg nein ich wollte nicht ganz da runter uiuiuiuiui ok das heißt für uns wieder ganz hoch ja dass man nicht die option hat einfach mal da runter zu gehen ohne gleich hier den ganzen berg runter zu klettern müssen finde ich ein bisschen doof aber ist halt nur mal so ok Und jetzt hängen wir wieder hier fest, wenn wir erst mal wieder hier rauskommen. So war es aber auch. Jetzt geht es hier hoch, und wo sind wir, wer weiß schon, also wir müssen, wir müssen da rüber, das steht schon mal fest. So, komm, wir gehen mal da hinten rüber, in der Hoffnung, dass wir da richtig liegen, das muss ja irgendwo, ähm, was hat er gesagt, nördlich der Düne, da, da vorne ist, da ist irgendwas, genau. So, jetzt. Auf, hoch, 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 da rüber, genau. Da ist irgendwas, es könnte sein, dass das hier ist, finde die versteckte Städte, nördlich der Dünen von Durburigolazo. Da ist nur ein Dorf, da ist Bardad. Das kann aber auch hier gewesen sein, ne? Aber da hinten ist auch noch mal was, guck mal. Wo bin ich denn da überhaupt? Da bin ich, ne? Da ist auch noch mal was, hier nördlich der Dünen, die versteckte Städte hier. Und da ist ein Lager, oder was? Ein Raubtier. Ein seltenes Raubtier wahrscheinlich. Und das ist wahrscheinlich ein Lager, Wildnis, ja, Ausrüstung. Was ist das? Das ist so langweilig. Da ist der Oberboss. Das sind, äh, nördlich der Dünen, das kann aber auch hier sein, das kann da hinten sein. Wir gucken mal, hier ist auch eine Städte hier, eine versteckte Städte. In der Oase. In der Oase. Möglich, eine schöne Oase hier, guck mal. Das kann aber auch hier sein, ne? Da ist eine Schatzkiste. Hier gehts irgendwo runter, in die versteckten Höhlen. Und hier ist, da ist aber auch ein Eingang. Hier ist irgendwie Treibhut, okay. Gut. Also. Wir hätten zwei, wir können einmal den, aber hier, was war denn hier eigentlich? nicht. Ich verstehe nicht, was genau hier jetzt zu sehen und zu finden ist. Aber ich sehe leider nix, also entweder bin ich doof, aber sehen tue ich leider nix hier. Okay. Wir hätten die eine Möglichkeit, da die Räuber auszurauben. Und dann. Oh, was ist denn das für ein seltenes Tier? Ah, so ein seltenes Tier muss man doch immer mal. Sorry für das Tier. Aber. Komm her. Der Fuß, jalla. So. Jetzt gehen wir mal rüber und gucken, ob wir den hier auf die Schlische kommen. So. Ich würde den direkt killen. Aber ich habe es doch hier, warte mal. Ich könnte es. Warte. Ich könnte ihn doch markieren, ne. Ich könnte den Attentat an den ausüben, anvisieren. Nein, warte. Gehen wir mal von hier hoch. Da habe ich den besseren Überblick vielleicht von der anderen Seite. So. Genau. Weil wen wir erwischen müssen, ist ja der Boss als allererstes den, dann den und dann zwei bleiben über. Da ist nicht schlimm. Wir gehen nicht. So. Und jetzt. Du. Tut mir leid. Ich schätze, haben wir alle eingepackt. Sehr gut. Komm rüber. Ich bedarf deiner Augen, Sadiqi. So. Sadiqi, wir müssen da entlang, würde ich fast sagen. Da in die Richtung müssen wir, genau. Nördliche Oase. So. Nördliche Oase. Ist das der Ort, an dem wir eigentlich hier, wir können ja mal hier runter springen. Erstmal vom Pferd ab und dann gehen wir mal da hoch. So. Ist es ja schon der Ort, die erkunde, das Gebiet zu sammeln und hier synchronisieren. Genau. Eine schöne Oase. Fantastico.